Hi und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Diesmal stehen wir nicht auf dem Deck, wir sind im Reaktorkor. Ich habe euch den Gang zu Citadel und die Ausrüstorgie erspart. Ich habe mir ein bisschen was zusammengekauft und alle ausgerüstet. Ich weiß nicht, ob wir das nach Wormire oder nach Eilis nochmal tun werden, aber so viel kommt da gar nicht mehr. Ja, also, was ich natürlich nicht ohne euch tun werde, ist mit allen nochmal sprechen. Gucken wir mal. Hey Shepard, hast du etwas? Ich sollte gehen. See you later. Schauen wir mal, was du hast? Oh, und ich habe vergessen, was zu verkaufen. Natürlich. So, und dann verkaufen wir erstmal nochmal eben. Schauen wir mal, was du hast. Du betrachtest, Commander. Jo, verkaufen wir. Einen ganzen alten Schrott. Oh, da macht der Finger schlapp da. Zack. So. So, was hat du freckst, die eute Keule zu sein? Shepard. Rex. Okay, nix. Ashley. Commander. Was ist deine Meinung auf die letzte Mission? Du meinst die Rachni, oder? Sie waren gefährlich, Skipper. Sie haben das vor 2000 Jahren gezeigt. Ich denke, es war ein Fehler, dass sie gehen lassen. Aber das war nicht meine Gehreise, es war deine. Wenn du nicht mit Dr. Dasoni gesprochen hast, dann solltest du sicher. Sie hat nur ihre Mutter verloren. Das muss sich nicht. Nur sagen, Skipper. Do you have a few minutes to talk one-on-one? I should get back to my duty, Skipper. Rifles don't maintain themselves. Not yet anyway. Dismissed, Chief. Sir. Commander. I wanted to thank you. What for, Garris? For everything. Kennen wir ja schon. I've learned a lot. I'm, uh... Thanks, Commander. You're welcome, Garris. Uh, yeah. So, jetzt quatschen wir eben noch mit Caden und Liara. Und dann... ... geht's auch schon ab nach Vermaier. Mit Ö. Ich hab natürlich auch noch, äh, Medijill upgrade und so weiter gekauft, damit wir mehr tragen können. Und Nailed Upgrades. Aber ich hab leider nicht die Heavy Armor Colossus gefunden. Muss ich mich mit der Medium Armor zufrieden geben. Ich habe das Gefühl, dass du mir etwas fragen willst, Commander. Ich wollte nur sprechen. Fair enough. Was wolltest du darüber sprechen? Ich sollte gehen. Goodbye, Commander. Und wir sollten darüber reden, dass ich gehen sollte. Yo, Caden's geht. Ich habe nichts, was du brauchst, Commander. Ich versuche, dass die Kruise auf die Kruise liegt. Was für die Kruise liegt? Wir sind alle in die Zeit. Du kannst auf alle, um ihre Arbeit zu machen. Was ist deine Meinung auf die letzte Mission? Die Saren und Saren... Was ist es irgendwie so? 2nd in command? Advisor? Anyway, sie sollten ihn zurück ein bisschen. Ich bin sicher, Dr. Dissone hat ihn schon. Beste Kind. Anya opinion über das Rachni? Auf dem Rekord? Wenn wir die Option haben, dann würde ich es kurz auf den Council verlassen. Wir waren hier in der Rachni, ich bin nicht sicher, dass wir überhaupt nichts mit dem Bösen haben. Ja genau, das ist gut. Wir sprechen noch mal, Lieutenant. Commander? Äh, ja. Moment. Sorry. Da war ich gerade mal kurz in Gedanken über eine Entscheidung, die auf Vermeyer passieren wird. Wie ich mich da entscheiden werde. Aber dazu werde ich noch nichts sagen. Ich struggle. Oh, Bresley. Hast du was zu sagen? Ja, Commander? Carry on, Bresley. Ja, Sir. Oh, Joker. Hast du was zu sagen? Commander? Was hast du, was du brauchst? Ich muss gehen. Okay, bis zum nächsten Mal. Oh, das war ein kurzes, knackiges Gespräch. Ja, dann gehen wir mal zu Gilexime. Genau, wir waren auf der Citadel. Zumindest bin ich ja jetzt gerade hingeflogen. So. So. Äh. Da oben. Wörmeyer. Gibt es hier noch was? Nein. Das war Handy schon. Deine Frau bez EC-In Clara braucht. Er. Punkt ist zuversichtlich. Wir wollen unite etwas ernähren. 52, z precision mit einem Neuen давай jacomings. So, dann schauen wir nochmal, ob wir hier was finden. Blinkt irgendwas? Ne. Okay, Jaffor. Nix. Nemata. Nix. Chloroplone. Nix. Und Priscilla. Nix. Sehr nice. Alles klar. Dann ab nach Vermaer. Lende. Mit Geras und Terlei. Okay. Kommander, ich lege ein Signal. Das muss sein, dass unsere Selerien infiltration ist. Check out those Defense Towers. Drop the Mako. Wir gehen in Hot and take them out. Ich werde dich in unter dem Radar. Wir tun none. Drei. Ich werde dich in den Runen. Neue etwas. Ich werde dich in den USA Towers hin. Die Wagen. Redaktion. Ich werde dich in den USA beherentieren. Ich werde dich in den USA Towers hin. Wenn du dich in den USA занierst. Drei. vermaier disabled the aa towers also enter air take the mako and find the aa towers disabled the guns so the nominating can land wo sorry da war keine absicht wir haben sie mit geft zu tun war aber auch abzusehen daneben so 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 Oh, ein Pra... Ne, ein Juggernaut. Leider geht dabei auch unschuldige Fauna drauf. Ich kann leider nicht auf alles aufpassen. Oh, aus Versehen. Ach, Mist. Ich will die Viecher gar nicht erschießen, aber... Manchmal sind die echt im Weg. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum... Heilige Scheiße. Das war's. Hm. Achtung, Leute. Gareth Maschinenwehr, Tali Pistole hier draußen. Ich nehm da das Maschinengewehr. Boah, der hat mir die... Der hat mir die Schilder weggeballert. Der hat mir die Schilder markt. Oh. Oh. Shotgun Assault Sniper Rifle, nice. But you know what? Nee. Gareth Stalker. Ein kleines Video. Fuck. Nein! Ja, verkackt. Alles klar. Ja, man hat hier aufgeräumt. Hat sie jetzt nicht so sehr gelohnt, aber ich glaube, da sollte ich nicht von der Sprache springen. Aber hat jetzt auch nicht wehgetan, hier mal vorbeizuschauen. Ah, Equipment. Wir speichern. Huch. Upsi. Oh, ein Koloss. Boah, Herr, der wird raus. Armatures. Oh, die sehen ja niedlich aus im Vergleich dazu. Okay, wo lang fahren wir? Hier rechts, da ist eine Sackgasse. Dann fahren wir erstmal da lang. Genau da reingefahren. Oh, okay. So sehr in der Sackgasse sieht er gar nicht aus. Oh, noch ein Koloss. Der hat getroffen. Okay. Hier rechts ist das Ziel, wir gehen hier links lang. Noch ein Koloss. Und ein Armature. Und ein Koloss. Und ein Armature. Und ein Armature. Und ein Armature. Und ein Armature. Oh, die schießen mit Scharfschützen, wir werden. Fickt euch. Blaubrackt. Scheiße, ich kann nicht speichern. Da geht's so. Wären wir wahrscheinlich die Tür öffnen müssen. There must be a way to shut that gun down. Da geht's so. Okay, so close. Nice Shotgun, Shotgun, Soul Rifle Beaker gate ist open Alles klar Wir haben die Fahrzeugtüren geöffnet Ah, diese Mucke Natürlich, hey Wir speichern natürlich Wir wollen ja keinen Fortschritt verlieren So, Equipment nehmen wir alles Squad, wir hatten Level Up So, First Aid, genau Geras, was machen wir bei dir? First Aid Tarly, bei dir war... Ah ja, Shotguns voll, genau Master Carnage, nice So, Journal Head to the Salarian Camp The AA Guns are down and the Normandy can land at the Salarian Camp Continue on and meet them there Alles klar So, jetzt speichern ich nochmal So, Dustin So, jetzt We'll be right back We'll be right back We'll be right back Ja, man hat's nicht gerechnet, wa? Ja, so, leider Macquarian Colossus, leider Macquarian Survivor, gucken wir mal, ob die besser ist, Tali, Russi, die ist besser, und sieht sexy aus, okay, für Geras haben wir leider nix, und die ist schlechter, alles klar. Sieht besser aus, nice, ah, Geras, du siehst auch cool aus, keine Sorge, so, was machen wir hier, vehicle gates open, alles klar. Echt schick hier, der Planet, muss ich sagen. Wir safen die Klamotte natürlich. Und wer ist denn da noch? Nicht mehr weit, alles klar. Ja, ich bin. ... Commander, Normandy's touched down at the base, but it looks like we're grounded. The Solarian Captain can explain when you get here. The Solarian. The Solarian. So what are we supposed to do now? Stay put until we can come up with a plan. Are you in charge here? What's the situation? I'm Captain Kirahi, 3rd Infiltration Regiment STG. You and your crew have just landed in the middle of a hot zone. Every AA gun within 10 miles has been alerted to your presence. What are we supposed to do in the meantime? We stay put until the Council sends the reinforcements we requested. We are the reinforcements. What? You're all they sent? I told the Council to send a fleet. We couldn't understand your transmission. They sent me to investigate. That is a repetition of our task. I lost half my men investigating this place. So what have you found? Saren's base of operations. He set up a research facility here. But it's crawling with Geth and very well fortified. Is he here? Have you seen him? No. But his Geth are everywhere and we've intercepted some comms referring to Saren. This is his facility. There's no doubt about that. What's Saren researching? He's using the facility to breed an army of Krogan. How is that possible? Apparently Saren has discovered a cure for the Genophage. What's so important about curing this Genophage? It was the solution to the Krogan problem. We introduced the Genophage to the Krogan population after the uprising to quell their numbers. Without it, the Krogan will quickly overrun the galaxy. And these Krogan follow Saren. The Gath are bad enough. But a Krogan army? He'd be almost unstoppable. Exactly my thoughts. We must ensure that this facility and its secrets are destroyed. Destroyed? I don't think so. Our people are dying. This cure can save them. If that cure leaves this planet, the Krogan will become unstoppable. We can't make the same mistake again. We are not a mistake. Is he going to be a problem? We already have enough angry Krogan to deal with. He'll be fine. I'll talk to him. I'd appreciate that, Commander. My men and I need to rethink our plan of attack. Can you give us some time? Go ahead, Captain. I'll come back soon. We won't be long, Commander. In the meantime, if you need any supplies, you can talk to Commander Rentola. He's in one of the tents nearby. Looks like things are a bit of a mess. Yeah. I wouldn't be so worried if it wasn't for Rex. Looks like he's gonna blow a gasket. You think I should go talk to him? It wouldn't hurt. Well, it might, actually. Just do it carefully. I'll be careful, but be ready. Just in case. I'm always ready. I don't like the way Rex is behaving. He's really on edge. It won't be an easy fight, but we're ready when you are. Oh, Rex schießt um sich. Oder schießt in die Luft. I'm concerned about Rex. Oder schießt ins Wasser. Okay. Warte mal. Rex and the Gen of Edge. Talk to Rex. Speak with Rex and calm him down. Das werde ich tun. Ich werde ihn beruhigen. This isn't right, Shepard. If there's a cure for the Genophage, we can't destroy it. I understand you're upset, but we both know Saren's the enemy. He's the one you should be angry with. Really? Saren created a cure for my people. You want to destroy it. Help me out here, Shepard. The lines between friend and foe are getting a little blurry from where I stand. This isn't a cure, it's a weapon. And if Saren is allowed to use it, you won't be around to reap the benefits. None of us will. That's a chance we should be willing to take. This is the fate of my entire people we're talking about. I've been loyal to you so far. Hell, you did more for me than my family ever did. But if I'm going to keep following you, I need to know we're doing it for the right reasons. Rex, these Krogan are not your people. They're slaves of Saren. Tools. Is that what you want for them? No, we were duels from the council once. To thank us for wiping out the rachni, they neutered us all. I doubt Saren will be as generous. Alright, Shepard. You've made your point. I don't like this, but I trust you enough to follow your meaning. Just one thing. When we find Saren, I want his head. Den kannst du haben. Paragon plus 28. Boah. Wir haben verhindert, dass Rex hier gleich drauf geht. Gott sei Dank. Journal. Saren's Plan. Prepare for assault. Prepare your team for the assault on Saren's Base. When you're ready, talk to Captain Kiri. Alles klar. Speichern. Alter Schwede. Hätte nämlich auch passieren können, dass Rex hier jetzt stirbt und in der Rest der Trilogie natürlich fehlt und das will ich nicht. Ist ja ganz klar. Ich mag Rex. Wir sind Paragon voll. Puh. So, wen haben wir hier? Leara. Klar. Ich bin überrascht, dass du mit einem Krogan konntest. Klar. Äh, wie bitte? Kommunikation, Real Decryption, Skill zu Low. Weil, weil, äh, hier. Boah. Weil Dingens mit mir nicht rumrennen, ne? Warte mal. Ich könnte ja nicht mehr, selbstverständlich wollte. Weil, äh, Tali und... Gareth. Wir tun das. Dann gehen wir. Let's go. Ich bin überrascht, dass Krogan auf deinem Argument war. Natürlich. Ich glaube auch. Hiiii. Oh, und deine Standardklamotten. Hm. Hm. Greetings, Human. I am Commander Rentola. I can provide you with supplies for the upcoming mission. For anything else, I suggest you speak with Captain Kirihe. Just tell me what you have available. We have limited reserves. We requested a fleet to destroy Saren's base. Instead, they sent you. Your request never came through. We'll just have to make due. That much is clear. Let me see what you have. What little there is. Mhm. Was haben wir denn da? Unique item. Hey, cool, ne Lizenz. Und sonst nix. Okay. Not den? Dann würde ich mal sagen, sprechen wir mit Captain Kirihe. Aber... Er ist in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.